Und damit Hallo und Herzlich Willkommen zurück bei Fire Emblem Engage. Ich habe das letzte Mal erwähnt, dass es scheinbar die drei, vor so viele Hauses, die drei Charaktere gibt. Die kommen mit einem Season Pass. Also sowas wie ein Season Pass auf jeden Fall kann man mit so Fire Emblem Engage kaufen. Und da sollen die scheinbar dann mit drin sein. Irgendwann. Danke. Bin so unglaublich glücklich, dich zu sehen. Es ist wie ein Traum. Sollten jedoch jemand nicht zu lange verweilen, es könnten noch weitere Feinde lauern. Mutigen König Lomera und euch endlich wieder vereint zu sehen. Euer Gedächtnisverlust mag sie überraschend haben, doch sie scheint in guter Stimmung zu sein. Das mit, ich wurde schwer verletzt, wundert mich. Ich habe mir echt Sorgen gemacht, aber wir haben es überstanden. Dass wir in Sicherheit sind, haben wir euch zu verdanken, Göttliche. Eigentlich mit dem Kerl, der aus eurem Ring kam. So großartig! Würmengurt habt ihr euch dabei verletzt, ich hoffe nicht. Anderfalls können ich euch erstklassige Heilung anbieten. Hat es bloß gerade im Kampf halt nicht viel gebracht. Nächstes Kapitel. Let's head to the castle. Climb on my back. We live on the continent of Elios. Four realms surrounding a Holy Land at its center. Fyrenei, Kingdom of Abundance. Brodia, Kingdom of Might. Elusia, Kingdom of Knowledge. Solm, Queendom of Freedom. The Land of Lithos, Home of Divine Dragons. And Gradlon, Domain of the Fell Dragon, Fallen to Ruin. A thousand years ago, our lands endured a vicious war with the Fell Dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us. Heroes known as Emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating and imprisoning the Fell Dragon. In the years since, our world has been safe. But now, I sense a resurrection. The binding weakens. If his shadow stretches across the land again, then we must fight him anew as we did in ages past. Fell Dragon, Sombron, must be stopped. Immer müssen wir die Bösen aufhalten. Können die nicht mehr machen, was sie wollen. Immer haben die Guten was dagegen. Kapitel 2, Königin Lumera. Ich vergesse immer, dass sie den Namen nicht sagen. Aber ich, mich stört immer an so Spielen, wo die einen eigenen Namen geben, dass wenn du den Originalnamen nimmst, dass die den hier nicht aussprechen. Ich würde halt bevorzugen, wenn die diesen Namen nutzen, aber wenn du einen anderen nimmst, dass die den dann einfach ausblenden. Also, jetzt würden sie, wenn sie sagt, hey, willkommen zurück, alle Jahr, und du nimmst den, keine Ahnung, Bushmeister 2000, dann steht er halt an, willkommen zurück. Entschuldigung, irgendeinen dummen Namen wollte ich jetzt unbedingt bringen. Ich bin... ...hier? Ja, Zahnpasta. Ja, du bist. Ich fühle mich überraschend mit Glück. Ich kann mich rücheln. Queen Lumera. Vander. Clan. Fram. Danke für alles, was du hast. Du bist wirklich wertvolle Steuern. Du und deine Vorbereitungen. Ja, du bist sehr wertvolle Steuern. Ich bin immer so glücklich. Du bist sehr nett. Ja, es ist sehr schön für dich zu sagen, dass ich das. Ich beginne zu fühlen. Ja, wir gehen! Wir haben nur die Queen Lumera gegründet. Die Glückwunsch von diesem Moment, ich bin in Trouble zu sehen, die Korrupten hier in Lethos. Die Korrupten? Und... Those enemies you were fighting out on the grasslands. Oh, I didn't like those things one bit. Just the sight of them made my blood run cold. Understandably so. The Korrupted are corpses revived by an evil power. The Fell Dragon used them as his soldiers in the war. Before the start of that bitter conflict, Elios had known peace for eons. Aber dann kam eine Schmuck-Presenz. Sombron. Während der schwerführende Angelegenheit, wir konnten nicht herausfinden, wo er kam. Aber nachdem die Destruction, die er hat, gab es keinen Bezüge von seinen Schmuck-Protzen. Jetzt die Korrupten wiederholt werden. Das ist ein Signum von seiner Rückkehr. Nein! I wonder if it is mere coincidence that you awakened as all this unfolds. If the Fel Dragon has been released, then we must prepare for battle. I can't imagine fighting someone like that. Worry not. I doubt he will attack anytime soon. This castle is filled with the spirits of Divine Dragons. The Corrupted cannot enter it easily. Let us devise a plan now, while we have the opportunity. Emblem Marth. It's been quite some time, Lumera. That it has. Thank you for lending your aid against the Corrupted. You're welcome. But of course, I could help only because your child remembered me. You know, it is possible, the others are awake now. Just as I am. Perhaps you are right. Sorry, but what do you mean? Who's awake? There is something I should show you. Follow me. What is this place? This is the Ring Vault. It is where the emblem rings are enshrined. Those of the Holy Knight, of the Sage Lord, and of the Azure Twins rest here. As well as the Ring of the Princess Exalt, and finally, the Ring of the Instructor. Each dwells within an emblem ring, as Marth resides in the Ring of the Hero King. So, counting Marth, there are six emblem rings. Wow. In fact, there are twelve. Six here, and six entrusted to the other countries. As a precautionary measure. What do you mean? The emblems grant world-altering power to whoever has all twelve rings. For generations, the Divine Dragons used this power to ensure peace and prosperity in Elios. Indeed, that was how we locked away the Fel Dragon. But many have sought to steal the rings, and use them for their own nefarious purposes. Which is why they're scattered all over the continent, not just stored here. Precisely. The rings offer their power but once every thousand years. At which time, the Divine Dragon travels across Elios to collect them from each nation's ruler. With a thousand years having passed since last time, I was planning to carry out this ritual soon. But if the Fel Dragon is after the rings, the emblems may be summoned before I arrive. Summoned? It is how one calls for an emblem from a ring, just as you did earlier with Marth. Only those with royal dragon blood are capable of summoning. That includes you, my child. Oh. You must be talking about the phrase that popped into my head. An invocation, you mean. What was it? Shine on. Emblem of beginnings. I wasn't even thinking about it. The words just fell from my mouth. That was how you summoned Marth. What was your focus? Your intention when you spoke those words? I wanted to help Klan and Fram. I didn't want to lose them. I wanted to protect them. Your focus was on helping others. Remember that intention whenever you summon emblems. Not to keep the power for yourself. Understand? To borrow so you may protect others. I understand. Now, why don't we try a practice battle? You must be a little rusty after all these years. I'm not going to get killed. How about we train here? You will be the one fighting. The emblem lends you their strength. You need to train your body and mind to unleash an emblem's full power. Vandr, Klan, Fram. You will be aiding my child in this battle. Against me. Queen Lumera, even in a practice battle, I could not turn my weapon on you. Oh, Vandr. Please do put your heart into it. I know I will. Okay. I don't know if I can do anything. Hey, there are people with it. What is that? The corrupted? No, dear. Not at all. How could you think so? I made these opponents from plants and rocks. Nevertheless, their abilities are the same. Drop your guard and you could be hurt. They're really unsettling. Can we train with something else? They give me the chills. Listen. You must push through your fear and face whatever opponent stands against you. Never run away. You are my child. You are my child. The protector of all. The Divine Dragon. I understand. Don't worry, Divine One. We'll back you up every step of the way. Yeah. What Fram said. As loath as I am to battle against Queen Lumera, orders are orders. I pledge to bring us victory. Thank you, everyone. Now, let's begin. Lumera besiegen, or Aliar? Be careful, Divine One. Some of these enemies carry long range weapons. Therefore, they can rain arrows upon us from afar. Waffen haben unterschiedliche Reichweiten. Bogen zum Beispiel treffen Ziele aus einer Distanz von zwei Feldern. Waffen mit einer Reichweite von eins können keine Distanzangriffe. Waffen mit einer Reichweite von zwei keinen Nahkampfangriffe kontern. Ah, okay. Der kommt zu ihm hin. Sieh dieses Enemie mit dem Axe. Axe-Wielders sind auf eine Dschadvantage gegen Schwaben. Schwaben sind stark gegen Axe. Axe gegen Lanzes. Und dann Lanzes gegen Schwaben. Wenn Sie Ihren Feuern verabschieden, Sie können ihre Kampfstanz verabschieden. Für eine Vorteil im Kampf. Versuch es. Schau mit Ihrem Schwaben. Nachdem ihre Schwaben gebrochen ist, werden sie öfter, um weiter zu attacken. Schwerdermann-Vorder gegen Äxte, Äxte gegen Lanzen, Lanzen gegen Schwerder, Nahkampf gegen Bogen, Bücher und Messer. Okay. Okay, und mit Schwert kann ich jetzt den brechen, oder was? Er ist ja Kampfmünch. Ah, der Dschadvanten hat mich genau an. Oh Mann. Du weißt, ich kann ein bisschen unbekannte Gehäuser mit meinem Schwerd. Nicht nur das, ich kann in die kommenden Hände von nahe Alli. Aber es ist schmerz, wenn ich es mache. Insofern, wenn Sie nicht verabschieden wollen, oder Sie brauchen etwas Patschen, leist auf mich. Hä? Die beschützenden Einheiten überstehen den Kampf unbeschallt. Die Produktion kann nur eingesetzt werden, solange Ki-Adapt volle KP haben. Ah, okay. Ich bin dein Weapon. Hey, Divine One. Ich weiß nicht, ob du das oder nicht wusstest, aber ich kann Magie benutzen. Ich bin gut von nahem oder weitem, sogar gegen gut beschädigten Feindungen. Mystische Einheiten können auch große Entfernungen und schweren Bedingungen Treffer erzielen. Okay, äh, angreifen. So, was greife ich denn an? Okay. Für den Divine Dragon. Hä? Warten. Warten. Queen Lumera, bitte verabschiede mich für dich gegenüberstehen. Warten. 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 Du bist mein Kindeskader. Du musst den Rollen so gut wie du kannst. Anstieg mich mit all deinem Gehirn. Ich bin bereit, um zu servieren. Queen Lumera, ich will nicht, dass ich dich attackieren kann. Ich fühle mich beschäftigt. Schrauben Sie den Fokus, Clan. Lass Sie es nicht. Sie weicht das sowieso wieder aus. Aber doch nicht. Für den Divine Dragon. Wie nachts war der Beschützung. Es gibt keine Möglichkeit, mich zurückzuhalten, mein Kind. Alles klar. Müssen Sie halt auch erst mal treffen, ne? Ich will manage. Lend mir deine Kraft. Pause weg. Das Schade hat uns hier gebracht. Das ist es. Oh, den kann man scheinbar nicht ausweiten. So sorry. Ja. Drachenkind. Was soll dir helfen? Fantastische Arbeit. Du hast zusammengeflogen. Wir gehen weiter. Warte da einen Moment. Okay, wenn alle in die Position sind, wir beginnen. This time, ich werde mehr Hands-on sein. Ich will kämpfen, als ob in einer aktuellen Kampf. Außerdem, ich werde das benutzen. Ist das Ring der Heilige Nacht? Ja, das ist. Ich habe einen alten Freund mitgebracht. Ich bin Sigurd. Wenn du Kraft und Schwierigkeiten brauchst, bin ich sehr glücklich, um zu ermöglichen. Der wirkt ein bisschen wie ein Marth, sein älterer Bruder. Ah, okay, da sind die Gegner. Bogenschütz ist links. Zwei Reiter. Meine Reiter ist effektiv gegen die Kavalier. Wie die Gegner dort. Wenn wir uns engagieren, kannst du meine Wege benutzen. Versuch es gegen diesen Föhn. Gefahrenzone. Platzierst du den Cursor. Beim Gegner siehst du deine Bewegungs- und Angriffsreichweite. Drücke A, damit dieses dauerhaft sichtbar bleibt. Drücke ZL, um die Gefahrenzone für alle deine Gegner gleichzeitig anzeigen zu lassen. Schwer-Aquilität eins. Wenn du an der Einheit an deiner Seite an das Emblem kämpft, sammelt die Band-Erfahrung und der Band-Level steigt. Im steigenden Band-Level profitieren die Bündnispaare von höheren Werten und neuen Effekten. Ja! Sorta like that, maybe? Schauen wir mal was der Gegner da ist. Ich werde mein Bestes machen. Warte mal, steht da irgendwo was gegen was? du bist. Du bist ganz schlecht für diearasitige-Angriffs-, Trainingspreis-Arten-Wennpain-Axon-Generisson-Axon-Gener�ation. Wir können das End variefer-Song-Arten-Wennpain-Axon-M�amere. Ich habe das immer Göttchen-Axon-Generief-Arten-Wennpain-Axon-Generiert-Axon-Song-Axon-Gener. Sie hat das keine Reise-Arten-Wennpain-Axon-Gener-Mikern-Axon-Genergio-Axon-Generys-E-Fressen-Axon-Gener. Oh, weg mit dem. Oh, dann bin ich ja hinweggegangen. Warten. Your teamwork is inspiring. Now it's time for us to make our move. Come Sigurd. Oh shit. Bam. That was incredible. Lord Sigurd is remarkably swift. Perhaps we should be grateful this is a mock battle. I still stand. Will er trotzdem herkommen. Äh. Ne Tausch. Achso ne ne tausch. Bündnis. Emblem engage. Halt. Sego. Mimra. Pia. Das endet jetzt! Ich lebe, um wieder zu kämpfen. Das ist sicherlich mehr eine Herausforderung. Deine Feindler werden nicht zurückgehalten, und ich auch nicht. Deswegen müssen Sie mich verletzen. Was für ein Freude es ist, dich nach all diesen Jahren in der Kampf zu sehen. Wow, Bruch! Wow, man, er ist besiegt. Oh, Glück gehabt! Treff, treff, treff! Sehr gut! Jetzt muss eigentlich bloß er treffen. Dann ist sie weg. Sollen wir es gleich sehen. Wenn er nicht trifft, ist er weg. Erwischt! Wir haben noch einen Gegner. Ey, ich will den noch besiegen! Held Klan! Held Klan! Ja, nicht mehr Erfahrungspunkte. Ja, nicht mehr Erfahrungspunkte. Das ist ein Klan! Das kann nur von Divine Dragons sein. Das hat mich gut gemacht, für viele Jahre. Aber jetzt ist es dein. Das ist ein Klan. Das ist dein. Das ist dein. Das ist dein. Das ist dein. Bombardier. Das ist dein. Das ist dein. Das ist dein. Das ist dein. Ich habe gesagt, dass ich einen Geschenkabfall von dir gemacht habe, was perfekt gefühlt hat. Ich war genre auf dem Film, aber ich konnte es nicht wegwerfen. Das Geschenkabfall hat lange, aber ich würde dir das Geschenkabfall Entschuldigung, ich kann es nicht akzeptieren. Warum nicht? Der Ring hat eine Probe, die du mir gemacht hast, richtig? Aber ich weiß nicht die Probe. Es fühlt sich falsch akzeptieren, als ob ich ein Geschenk für jemand anderen genommen habe. Bitte, mir diese Geschenke wieder einmal, wenn ich alles erinnere mich. Alles, du sagst? Was mich in der Krieg verletzt hat? Es war nicht. Entschuldigung. Du musst nicht entschuldigen. Es geht nicht darum, was du jetzt anstattest. Ich hoffe nur, dass du einen Tag, dass du mich als deine Mutter denkst. Wie du vor 1000 Jahren gemacht hast. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich war so froh, dass du mit dir wieder zu spenden. Ich glaube, ich wurde ein bisschen verletzt, nicht wahr? Oh, nein. Es ist alles gut. Haha. Ich will nicht, dass du dich auf dem Platz stellen. Vielleicht sollten wir es ein Tag geben. Aber wir müssen uns wieder zu sprechen, in der Morgen. Was sagst du? Pinkie Promise? Pinkie Promise. Haha. Alright. quand ich ein Gleiches минут archeisch, Hdem mir mit dir